ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Nur widerwillig hatte sich Heiner Zech auf Sophie eingelassen Zu Hause esse ich mit dem Finger So Es dauerte eine Weile, bis die beiden zueinander fanden Oma, ich wollte doch nur alles wieder gut machen Ich wollte nur sagen, dass meine Mutter morgen kommt, um mich abzuholen Zech schloss Sophie in sein Herz Hiermit bewerbe ich mich offiziell um die Stelle als Opa Und das neue Schuljahr konnte beginnen Morgen, Morgen Tommi Wo ist denn der? Hier Komm, beeil dich Lass dir nicht den großen Bruder rauschein Ich krieg den Ärger, nicht du Wenn Emma kommt und du bist nicht fertig, dann macht sie einen noch große Schwester War dir zweit? Na, wie war die erste Nacht? Prima Sehr schön Und du, Tommi, hast du was geträumt? Ihr wisst ja, alles, was man in der ersten Nacht träumt, geht in Erfüllung Ich hab wieder in Hamburg gewohnt Morgen Morgen Ich lass dich spät dran mit, aber ich hab mich verlaufen Seid ihr fertig? Justus, hat Tommi alles? Ja, alles nach deiner Liste abgehakt Sehr gut organisiert Emma, ihre Schwester wäre, wenn sie das auch Hey Kommt, wir müssen zum Frühstück Ja, und denk dran, heute ausnahmsweise in der Cafeteria Ja, hat Emma auch auf die Liste geschrieben Hier bleib ich nicht Meine Mom hat einen neuen Lover Und jetzt ist sie schwanger? Nee Aber ihr neuer Freund hat einen Sohn Und der soll aufs Einsteigen Ist ja cool Echt? Den kannst du heute Nachmittag für mich zur Familienzusammenführung gehen Meinen Kosmetiktermin lass ich ganz sicher nicht saugen Was? Tommi träumt von Hamburg? Oh, da ist bestimmt schon wieder Tobias am anderen Ende Mensch, Tommi Deine letzte Handyrechnung nach dem Umzug war extrem Mann, ich hab mir mal was versprochen Das ist mein Handy Ja, und mein Ärger Was? 30 Euro, nur 5 Tagen? Sag mal, spinnst du? Die Abmachung war 5 Euro die Woche Ich zahl die Rechnung von meinen Taschengeld Okay, dann her damit Kannst meins in Zukunft nehmen Ich hab ein Flatrate Bis in den Jemen Meine Eltern arbeiten da Das ist doch die Hamburger Frau Ja, und? Ich komm aus Hamburg Hi Svenja Liebe Schülerinnen und Schüler Herzlich Willkommen zum neuen Schuljahr Ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder Drei neue 6. Klassen bei uns begrüßen können Ich wünsche euch allen einen guten Start Viel Freude, Neugier und Wissensdurst Kommst du eigentlich klar? Was meinst du? Naja, zu Hause von Nelly kontrolliert werden Und hier von Big Mother Steiner Naja, das ist ätzend Aber lange mache ich das nicht mehr mit Auf Einstein ist es Tradition Dass jedes Schuljahr unter einem bestimmten Motto steht Und das Motto in diesem Schuljahr lautet Schau nicht weg Wir alle sind aufgefordert, uns einzubringen Dabei stehen Projekte im Vordergrund Bei denen wir über den Schultellerrand hinausblicken Und in die Gesellschaft gehen wollen In Hamburg hatten wir eine Initiative Babysitting für Alleinerziehende Gibt sowas auch? Ja, eine schöne Idee, sehr gern Ich kann mir nichts besseres vorstellen Als fremde Bellwärte füttern Wir dachten zum Beispiel an die Fürsorge Für ältere Menschen in Altersheimen Die Mithilfe in einer Suppenküche Oder auch das Sammeln von Kleiderspenden Für den Jugendnotdienst Herr Pasulke Gehen Sie ruhig durch Nur, nur in deinem Frischbleich Sobald ein jünger nicht reich ist 1,80 groß und coole Klamotten trinkt Mottst du Tja, ich weiß eben was Gutes Achso, ja Über all diesen Ehrenabend Der da, siehst du Der ist eine Oberloch Ich kann es vergessen, die an erster Stelle steht Heute erhaltet ihr erst einmal eure Stundenpläne Echt? Ich Ach Tobias, ich hab so scheiß Heimweh Das bringt doch nur wieder Ärger Und dein Taschengeld ist ganz weg Tobi hat mich angerufen, das kostet nichts Du musst Einstein schon eine Chance geben Wenn du nur am Hörer klebst, hast du hier nie Augen für was Schau dich um Dazu gebeten Wollen dann die Paten auslosen Und Ja, das ist Jedes Jahr Ein großer Spaß Meine Eltern sind mit ihrer Firma nach Dresden Und wir drei sind dann hier gelandet Wie wir drei? Ich hab noch zwei Geschwister Emma Das ist sie Und Das ist Tobi Oh mein Gott Der sieht ja aus wie zehn Tage Regen Seit dem Umzug in den Ferien ist er so Er will zurück nach Hamburg Ich bin schon mindestens dreimal umgezogen Von sonst nach Düsseldorf Nach Hamburg Und nach Erfurt Hier ist es am besten Klar Ja, wirklich In Hamburg regnet es doch immer In Hamburg hatte ich Tobias Karl, Micha, Alex Lilly Mein Fechtclub war so klasse Und die Schule war spitze Ich war auch auf der gleichen Schule Und fand sie gar nicht so toll E-Pirat Das ist unsere neue Schatzinsel Komm, volle Kraft voraus Und Tante Polly Siehst du mir aus? Du kannst mein Handy haben zum Telefonieren Tante Polly aus Tom Sawyer? Pst, die darf ihren Namen doch nicht hören Komm, lass gut sein, Justus Für diese Gags bin ich zu alt Tommi, es gibt keinen Weg zurück nach Hamburg In Hamburg ist viel zu viel Wasser Ich liebe Wasser In Hamburg gibt es aber kein Krämerbrückenfest Mit Mittelaltermarkt und Rummel Ach, und der Hamburger Dom Hat die größte Achterbahn in Deutschland Ist das nix? Okay Aber der Zoo hier Du kennst dich echt schon gut hier aus Ich war in Sommerferien schon hier Mein Opa ist Lehrer im Einstein Ach, dann weißt du, wo hier ein Freibad ist Ja klar Super, da gehen wir heute hin So, Leute Mein Name ist Hanak, wie man sieht Los, zack, zack, auf die Plätze Und, damit ich mir euren Namen besser merken kann Würde ich euch bitten, Namensschilder aufzustellen, ja? Das mit dem Merken wird aber schnell gehen Da braucht ihr euch keine Sorgen machen Denn, wir verbringen neun Stunden die Woche zusammen Ja, ha, ha, ha Nämlich mit Sport Mit Erdkunde Und, bis die neue Lehrerin da ist Deutsch Also, an eurer Stelle würde ich mich gut mit mir stellen Und heute Fangen wir an Mit Erdkunde Und zwar Wasserwege in Deutschland Stell euch mal schnell hier in der Zweireihe auf Mittelgang, los Ich verteile jetzt An jedes Paar zwei Magnetkarten mit einem Flussnamen drauf, ja? Jedes Paar kriegt zwei Kärtchen Und dann ordnet ihr diese Flussnamen an der Tafel Dem hoffentlich richtigen Fluss zu Alles klar? Ja Ich nehm dir Übrigens, das mit dem Freibad heute, das klappt doch nicht Guck dir mal das Wetter an Viel zu kalt draußen Echt? Gibt's hier ein Spaßbad? Bestimmt Dann gehen wir da hin Das geht nicht Warum nicht? Zu kalt kann's nicht sein Ich Ich kann nicht schwimmen Bitte nicht weiter Das lernt man doch schon im Kindergarten Mach mich ruhig aus Blödsinn Du kannst nicht schwimmen Ich kann zum Beispiel nicht reiten Kann man lernen Hallo Was steht denn auf euren Magnetkarten? Ich hab den rein Ansonsten, liebe Freunde Ist das hier ein Desaster Dieses Schüppchen fährt von Hamburg nach Rotterdam Du musst Vivian sein Hallo, ich bin Robert Deine Mama musste leider schon los Ja, sorry, dass ich zu spät bin Aber erster Schultag Da ist alles noch ein bisschen durcheinander Wir können ja noch was ohne meine Mom trinken Du sonst gerne, aber mein Sohn holt mich gleich ab Achso Hey Daddy Hey Da ist er schon Das ist dir Sohn? Ja, aber ich muss wirklich los Also, wenn du magst Wir gehen morgen schwimmen Komm doch einfach dazu 15 Uhr im Freibad an der Nordstraße Kommst du jetzt? Ja Ja, klar Ich werde pünktlich sein Versprochen Schon Hausaufgaben auf? Ja, aber macht Spaß Hey, Moment mal Du kannst doch nicht einfach in dem Atlas rummachen Ja, stimmt Ja, stimmt Ich geh noch mal zu Emma Soll ich dir mein Handy da lassen? Ich telefoniere heute nicht mehr Okay Tschüss Tschüss Hamburg Hamburg Wusstest du, Opa Heiner, dass es auf der Saale schnelle Strömungen gibt? Super gefährlich Ja, ja Margarita, das Brötchen darf ich Und darüber hinaus Und darüber hinaus plötzlich auftretende Schwallstrecken Gerade bei niedrigem Wasserstand Guten Appetit Und Tiefen Ich musste da mit Oma schon mal paddeln Na ja, wir hatten echt Probleme ans Ufer zu kommen Opa ist nicht gerade der größte Paddler Mit mir musst du nie paddeln gehen Hm, das hoffe ich Feli, du wirst es nicht glauben Mein Bruder ist voll der Hammer Der ist tausendmal besser als du bei dir Und das Beste Das Beste Wir sind nicht verwahrt Das heißt, ich kann seine Freundin Oh Oh Pass doch auf, du Penne Entschuldige, Entschuldige, bitte Das ist meine Schuld Oh, Foten weg Guten Tag, Tommi Kluge, Setz A Heißbar zurück, Mädchen für alles Ähm, sagen Sie Sie hatten da so ein Boot heute Morgen Kann man das ausleihen? Nee, nee, bis zur neunten Geht es nur mit einem Erwachsenen als Aussicht Oder mit einem älteren Schüler Na dann frage ich mal meine Schwester Die ist neunte Ja Wo liegt denn der Kahn vor Anker? Ja, in der Bfz Ja, ähm Speed 10 Ja, also in den Keller Musst du selber rauskriegen, wo Hey, Tommi Hey Wisst ihr, wo die Bfz ist? Ja Los, komm schon rein In Holland, das ist die Spitze Bis als ich eine Nacht vor 10 Grad kalt war Da habe ich mich in eine Zeitung gesickelt Ach, Quatsch Aber Teltungen halten echt warm Das habe ich mal von einem Obdachlosen gelernt Warum glaube ich immer, dass sie neidisch guckt? Vielleicht, weil es so ist Und wie ist es bei dir so? Alleine auf dem Zimmer? Absolut, Böde Ich hoffe immer noch, dass Moniers Vater ihn bald wieder aufs Internat schickt Da hat Leila aber was anderes erzählt Boah, ist das so Gibt's doch nicht Schau mal nach Hier sind wir einmal quer durch den Dschungel Zur Agua Asyl, dem blauen Wasser Das war spitze Äh, was? Was habt ihr denn da im Dschungel gegessen? Na, Maden, gegrillte Ameisen und Wurzeln Was man eben im Dschungel so findet Oh, ihr Echt jetzt? Ihr glaubt aber auch alles Meine Mutter hatte Zwieback und getrocknetes Fleisch mit Halthaltbar, war okay Also, ich persönlich tendiere ja mehr zu Honigkuchen Und diesem super leckeren Vanillepudding Den die Tulpenzüchter mal machen Also Freunde, das mit dem Licht würde nichts mehr, glaube ich Dann lasst uns doch lieber in die Pulverhalle gehen, oder? Ja 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 Musik Mami! Warte! Hey! Mist! Schau lieber. Wofür brauchst du denn so viele Äpfel und Zwieback? Ich wollte nachher ins Tier gehegel. Prima, da komme ich mit. Guten Tag, Herr Pasolke. Haben Sie eine Luftpumpe, die Sie mir leihen können? Mein Fahrrad hat einen Platten. Aber so ein Handkompressor kannst du ihn abholen. Der ist noch viel besser als eine Pumpe. Sophie! Du bist ein Schatz, Opa Heiner. Tommi! Ich habe meinen Opa angerufen und hatte er in der 1. Stunde frei. Danke, Sophie. Dann kann ich gleich abholen. Ja, nicht? Dann können wir gleich noch der Schuh oder dein Fahrrad aufpumpfen. Ah! Nein, das geht nicht. Ich wollte mir heute fürs Projekt schon ein paar Spielplätze angucken. Aber die Liste der Spielplätze bekommen wir doch erst morgen. Du machst dir unnötig Arbeit. Ja, ich wollte einfach heute schon wissen, wie viel Dreck die Sandkästen sind, ob da wirklich Scherben drin liegen. Dann bist du doch mit dem Fahrrad viel schneller. Ja, ich dachte, ich nehme Emmas Fahrrad. Ja, genau. Ich dachte, ich nehme Emmas Fahrrad. Aber was... Oh! Was ist denn? Oh! Was ist? Ganz plötzlich Bauchschmerzen. Komm, wir gehen zu Frau Bräuning. Oh nein! Wieso denn nicht? Du musst dir doch helfen lassen, wenn du krank bist. Dann entschuldige mich bei den Lehrern. Okay. Oh! Martin nehme ich! Oh! Einstein? Einstein? Einstein, wo bist du denn? Einstein, wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Wieso ausreißen? Na, komm her. Einfach so abzuhauen. Willst du wieder in die Hunde? Perfekt. Emma, hast du Tommy gesehen? Ich suche ihn überall. Warum denn? Na, er hatte plötzlich Bauchschmerzen. Hat sich aber nicht bei Frau Bräunin gemeldet. Sein Handy ist auch raus. Bei den Fahrrädern ist er nicht. Fahrräder? Na, wir wollten sein Fahrrad reparieren. Tommy hat gar kein Fahrrad mehr. Und das neue gibt es erst zum Geburtstag. Wieso? Wieso hat er mich denn angelogen? Hi, du musst Marco sein. Ich bin Vivian, deine neue Schwester. Hallo, ja, ich bin Marco. Das ist Luise. Hi. Welche Klasse gehst du? Zwölfte? Nein, ich gehe in die Berufsschule. Äh, bist du nicht Roberts Sohn? Doch. Aber wenn du nicht aufs Einstein gehst, wer dann? Mein Bruder, Nino. Hi. Hallo Vivian. Hi. Wir haben wirklich alles abgesucht? Da kommt ein Tierpark. Internat, Innenstadt, den Schulgarten. Bruno und Ronja sind noch gar nicht da. Nur kann er nur sein. Vielleicht hat er wirklich von den vielen Äpfeln Bauchschmerzen bekommen. Und liegt. Die fielen Äpfel. Und der Zwieback, die waren für eine Reise. Nichts. Nada. Er wollte doch wohl nicht nach Hamburg abgehauen sein. Mit dem Zug auf keinen Fall. Ich hab fast dein ganzes Geld. Doch nicht schwarz fahren. Dafür braucht er keinen Handkompressor. Ob er sich ein anderes Fahrrad genommen hat? Ähm, Sophie, hattet ihr gestern Hausaufgaben auf? War doch der erste Schultag. Nein. Nur ich musste eine Strafarbeit machen. Moment mal. Ein Boot, ein Boot. Der hat ein Boot genommen. Ein Boot? Ja. Aber es gibt doch gar kein Boot. Doch. Normalerweise schon. Du kannst du sie nicht mehr so aus. Du musst dich nicht mehr so aus. Du kannst sie nicht mehr so aus. Und? Wo ist denn sie überhaupt wieder? Erzähl. Hä? Er sieht nett aus, aber nicht hammermäßig. Ach, vergiss es einfach. Hi, ich bin Fili Färber, 8. Klasse. Nino Rikerts, 9. Das reicht. Kannst du jetzt endlich abziehen? Wir sehen uns noch. Du sagst niemandem, dass der da was mit mir zu tun hat. Klar? Da ist er. Tommi! Tommi, bist du wahnsinnig? Das ist doch gefährlich. Tommi! Tommi! Wo willst du denn hin? Nach Hause! Das macht doch keinen Sinn! Verdammt! Halt doch an! Tommi, bleib stehen! Du kannst doch nicht einfach nach Hamburg! Deine Eltern will nicht Sorgen machen! Tommi, wenn ich zu streng war, ich gebe dir dein Geld zurück. Du kannst doch mein Handy haben, um zu telefonieren. Ich fahr mit dir jedes Wochenende nach Hamburg. Du, und ich rede mit Mama und Papa. Die bezahlen bestimmt die Zugfahrt. Tante Pony lassen wir hier. Tante Pony? Dein Spitznamen. Tante Pony? Scheiße! Was ist denn wer? Tante Pony anلف His disabilities. Du bist zurück! Du wirst ertrinken! Du kannst doch gar nicht schwimmen! Tommi! Sophie! Alles wird gut! Ganz ruhig! Warte mal in die Jacke! Das wird schon! Komm schnell raus! Sophie! Nicht ohnmächtig werden! Sophie! Warum hast du das gemacht? Du musst doch bleiben! Du bist der einzige Hamburger hier weit und weit! Ich bin auch Hamburger! Ja, ich auch! Du bist so doof! 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 Du bist so doof!